Herzlich Willkommen bei einer weiteren Runde, oh nö, Black Ops 2 Zombie, ah, ja jetzt schon kabumm, wir spielen, ja, ne andere Map als vorher, ist ja auch Schnuppe, auf jeden Fall versuchen wir hier mal ein bisschen weiter zu kommen als sonst, ne, Stufe 12 ist jetzt nicht so Premium. Für dich schon halbwegs, nein, doch, nein, was war das Nächste, was du jeweils hatte, 15, nein, für mich schon halbwegs, ok, doch, aber insgesamt mein ich, das ist einer, wo die Kiste ist, ähm, die ist hier, die ist hier, Nice Music, nice, RPD, ja, die ist ganz geil, ja, bis am Ende, ne, die Hammer mag ich nicht so, HMR, Ah, der Jack sieht nie, weil ich weiß nicht so, HMR, wenn man hier hat, aber er will hier so, HMR, aber er will hier so, HMR, das geht auch gerne mal mit dem Rektor-Fektor spüren, ja ne, mit Vektor, ja, der ist auch ziemlich gut, ja, okay, der ist nicht ziemlich gut, der ist richtig gut, Alter, die ersten Runden sind so lame, ich krieg momentan ein bisschen Frame-Einstütze öfters mal, alter, die ersten Runden sind so lame, oh ja, das bringt's auch, lol, das bringt's ja wirklich für euch, aber für mich nicht, ey, ich find gar nicht Subbies, die mögen mich alle nicht, pah, dann mag ich die auch nicht, so ein Arschlöcher, ah, ich bin in eine Ritze reingerannt, ah, schon wieder in eine Ritze reingerannt, was hast du gesagt, Spacko, und ich mag dich nicht, wo bist denn du? Irgendwo hinten. Ah, da ist er wieder. Ah, die lassen mir mal ein Packet. Ich hab jetzt einen. Und ich hab einen K.O. Wieso hast du einen K.O.? Lol. Ich hätte auch einen K.O. gehabt. Scheiße, ich bin fast tot. Ich bin tot. Ah, warum? Warum immer? Ach, weil du schlecht bist. Kann sein. Ich hab aber auch keine Mini. Ja, du kannst doch... Du kannst jetzt noch ne Waffe holen. Nein, das kostet manchmal das denn. Jetzt kann ich noch was machen. Oh, ach, du bist weiß, stimmt. Dann kommen wir nicht, wir ziehen keine Munition oder irgendwas. Kann ich hier aufmachen? Ich hab oben die Turf gemacht, ne, also wer 2.500 hat, kann sich Juggernaut holen. Mach ich auch. Denkst du dich nicht? Ich bin mit Geld verdirbt, aber ich bin leider falsch. Instakill. Instakill, Messer an! Ach! Ich bin mal beim Punchen gestorben. So. Ist auch ziemlich Nubig beim Punchen zu sterben. Ja, das war erst... Das sollte man auch mit Juggernaut machen. Am besten. Das hat die Hammer und Anstrengung draußen gestorben, ob da nichts weiterkommt. Ha! Tja. Leute, kein Instakill mehr! Ich brauch maximal ein bisschen. Ich könnte dich ehrlich gesagt auch gebrauchen. Nein, ich hab noch genug. 3x3 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 Das ist noch 3 Schuss. 3x3 1x3 2x3 1x3 3x3 3x3 1x3 ja ich hätte jetzt auch aber gerne wer ist das maximale munition ja ein bisschen naja na miau toll alle nachladen wir sammeln ein ich hab mich nicht ja komm jetzt geht's los er ist zweiter zombie dritter zombie wer will ein paar kills ja komm her war das nicht freundlich von mir hol dir mal juggernaut guck ja stimmt ja na toll die ist offen ja guck die tür ist offen bei dem richtigen haus ja ja wo ist das haus bei dem bar ja ne bei der bar ist die tür nicht auf dem gast juggernaut hier ist juggernaut bei der bar ja ja ich bin beim juggernaut ja ich bin beim juggernaut ich hab mir juggernaut geholt jetzt hier Ach so, da habe ich jetzt was hier. Ja, ich meinte nicht. Da. Da, da, da. Oh, yeah. Die Kommen ist ganz geil. Ich meine, es ist eine Dreischusswaffe. Mein Kopfschuss macht von Ruhren nicht. Also mit Dreischuss. Eine Kuh wird. Maximale Munition. Ich finde, das ist irgendwie meine Lieblingsmap. Ich finde, ja, da vorne. Das ist ein leichtes Block. Sehr gut. Oh, ne, deutlich mehr, äh, mehr. Ja, man hält wirklich sehr viel mehr aus mit Joggenaut. Nein. Wer denkt denn das? Oh, da ist... Ich bin noch frei. Ja. Ich bin noch frei. Ich bin noch frei. Bamm. 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 Wie kostet denn das? Ich habe voll viel Geld. Ich gebe das gar nicht aus. Äh, 2500 kostet Juggernaut. Hinter dir, Spacko. Bamm. Hä? Häh? Der Waffe hoch war sich, die kostet 5ierrausen. Ach, ich dachte, das istexpensive. Ich bin drüber beh substantial. Ja ja, Münze. Ganz frei, man 우리 esser. Das bene тебя hat ja. Da sindisko, ja Taiwan. Egal, besser als die anderen. Ah, das geht schon. Geld verdienen. Das ist das Einzige. Das ist Speed Cola. Das macht schneller nachladen. Ich wäre mir ein bisschen so voll, als hätte ich jetzt mehr Muni. M-m-m. Da wachsen wir nichts. Jetzt kann es hier vorkommen, als hättest du wieder ein bisschen mehr Muni. Ja. Ja. Gemetzel. Ja, komm sammeln. Hat irgendwie nichts gebracht, wirklich. Ich habe den Bär. Oh, nee. Das ist eigentlich besser sogar, wenn das da oben ist. Ich öffne die Tür ohne die Gelbe. Wer ist der Gelbe? Ich. Das ist offen. Kein Problem. So. Hier ist am besten. Hier ist einer mal oben. Da ist das nicht so schön. Ich habe mir ein paar Treppen gesetzt. Ich habe da oben einen Kontakt aufgerufen. Ich habe da oben nicht gesetzt. Du Alter, das ist doch gut. Geht's nicht. Ich muss auch nicht mit komischem Quarantinanzug nehmen. Oh, heute auch 5. Ist aber gar nicht so schlecht. Manchmal geht's ja noch. Ja, ich bin drin, ja. Ich darf noch anfangen. Ah ja, ich hab ja die ersten. Ja, ich war okay. Nehm ich jetzt auch noch. Boah! Ja, was ist? Äh, gleich. Warte mal. Kannst du bitte... Ein bisschen gehen. Ich komm gleich, okay? Ja, okay. Okay. Wurzel dir Quick Revive. Wann wo ist denn die Speedcola? Hier drin, ne? Ja, muss ich erstmal freikaufen. Krass, hat auch schon wieder 1000. Da oben kommt was. Kann ich mir Speedcola nicht leisten. Spacko, wir werden hier mal. Sicher die Treppe. Warte. Hintern nur. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das heißt, was das aus. ja nein 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 ich hab hier meine taktik so kann ich mir auch schön auf meinen speedcaller sparen in der bank oder was auch immer das ist wo ist jetzt die bank wo ist jetzt die bank ja das ist die kohle damit lädst du sehr schnell erdeln mit er hat mich krank der macht mich krank wieder am anfang war doch die kommt da jetzt erst die ist jetzt aufgekloppt die erscheint da erst jetzt ist die kiste da das ist ein bisschen die 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 Hey, das sind meine Zombies! Das sind meine Zombies! und uns die beiden ich hätte gerne einen Dings die bekommen oder nicht kommen Ja, ich muss selber hier auffassen. Okay, er holt dich. Danke. Ja, tut mir leid, ich hätte dich ja auch gerne geholt, aber... Ja, wir mussten diskutieren. Hast du Überleben eingestellt, Spacko? Ja. Gut. Warte, warte. Ja, ist Überleben. Ich glaub, ich hab ein Ding mehr. Ja, das verliert man, weil man liegt. Ja, leider. Ich muss hin und neu holen. Oh, ich hol mir erst mal Spick Cola. Hast du Spick Cola gehabt geholt? Das ist natürlich ärgerlich. Was bringt Spick Cola überhaupt? Äh, sehr schnelles Nachladen. Also damit lädst du richtig in Sekundenschnelle nach. Autsch. Oh ja, das ist wirklich der Fall. Wer Affe. Hast du einen Affen? Scheiße. Ich werd getrippt. Hinter dir, Spacko. Wenn das hier für dich noch Anfang ist... Ich würde dich gerne wiederholen. Ja, aber... Nein, das guckst du dir nicht. Fuck, ich komm nicht runter, rechtzeitig. Sorry, jetzt schlippt der Bus nicht. Da, ja. Was ist sonst? Oh, nicht schlecht! Oh, nicht schlecht! Jetzt kann ich dir nicht. So, über die... Ich will mich wieder. Ich will mich wieder. Ich will mich wieder. Ich will mich wieder. weil ich wo bist du durch die Geld wo bist du vorsichtig das gesehen schon ich nicht nachgeladen hat der die auch danke vor drei schafft ich habe wieder da irgendwas fehlt mir noch ich weiß nicht was Warte, ich habe schneller Rennen, Nachladen, Juggernaut, was fehlt mir? Ich weiß es nicht. Bist du jetzt am Streifen? Warte halt. Ich bin Angst. Ich bin ein Beutel, aber ich habe die Strahlkaube. Nein. Muss ich nur noch schon gedauert. Sie sterben. Ach, der ist es, der ist es. Ich bin ein Fächerkaube. Ich bin ein Fächerkaube. Ich bin ein Fächerkaube. Ich bin ein Fächerkaube. Ja, ich bin ein Fächerkaube. Das sieht aus. 51 Mark 2. Ivy scheint anders aus. Neue? Ja, sie hat schon. Ich dachte, die ganze Idee ist hier oder so. Das war gerade ziemlich knapp. Was? Weil ich mit ihm nehme. Ich muss auch dran. Lol, war das ein Nosekop? Ja, ich meine, ich war immer ein bisschen. Halbbrück ist ganz langsam. War auch nicht ganz. Bitte, bitte, bitte. Nein, ich will keine Barrette. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Komm schon, geh wieder zu Kiste. Weil ich knacken mit deinem Rekord passen. Alter, ich krieg nur Scheiße. Was ist meine Position? Ja. Ich hab gleich wieder nur meine 570. Doppelfeuermalsbäh. Jetzt hab ich die... Geld zu brauchen. Danke, Gott. Welche denn? Hammer. Hammer. Sniper. Äh, ich meine, äh, äh... Schock kann, ne? Der Hammer. Der Hammer. Wolltest du ihn sehen. Wolltest du ihn sehen, passiert. Die ist halt, wenn man die Doppelpunch zur Ex-Zerobe-Zerobe-Zerobe-Zerobe-Zerobe-Zerobe-Zerobe-Zerobe-Zerobe. Wir haben erstmal knapp 6h. Aua! Alter, ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Alter, Alter, Alter! Uah! Uah! Scheiße! Aua! Ich bin tot! Ich bin tot! Schon wieder! Schau mal rein! Euch he! Ich bin auf dem Weg! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Oh! Ich kommt mit keinem Schaden an! Hahaha! Äh, maximale Munition wäre praktisch! Praktisch! Hilfreich! Hier geht's nur los! Pff! 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 Ich auch! Ja! Ja! Du bist ein Gott! Ein Tor! Ja! 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 aber ich hab 8 draussen auch schweiß müsste letzter sein ja was nicht wo ich sterbe war er geht es was wir machen ich habe meine dings gepunschte die Geld so sieht gut aus guck, komm mal guck ich habe meine Dings übrigens gepanscht ne komm mal gucken jetzt aus ich hatte gesagt, ich habe die Dings gepanscht, die Starter ich habe jetzt die Mustan 5000 oh, ich sag dir, das Punchen bringt es, aber dafür braucht man bin tot, das gibt es doch nicht, Alter oh, nicht schon wieder beim Punchen, oder? scheiße, ich tue mir damit auch selber weh, das ist das Problem für Juggernaut hast du ja noch genug ich kann das auch grad nicht holen ich bin so tot, gerade gewesen Leute, ich habe ausgesehen die Falsch-Tastung, das ist in einem Ärger, deswegen habe ich es noch verpasst ich habe jetzt eine gepanschte Haare nein ich komme und bin unterwegs ich habe mich selbst umgebracht ach komm, das haben wir verloren, das ist geschuldet nein, 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 ich kann nicht frei boxen ich bin hoch ah, es wird einem hier hinten sterben alles ist auf ich will mir sowieso nicht weiterfassen du scheiße ich hole mir erst mal ich hole mir erst mal Juggernaut habe ich mir grad schon geholt und bin schon wieder gestorben und ich bin ja gelber nicht verraten, ich bin schon schweißen oder? ah, nein, sie sind die Pfanne, sie sind die Pfanne und ich bin ja nicht, danke wir gehen hier die Treppe hoch, da haben wir ein bisschen der Schütze, da können wir runterschießen ich mache irgendwo, du schießt Vorsicht was? fett komm, ich muss jetzt noch was sein, bisschen zählen der Maupen ich habe auch die Städte und ja Städte das ist Kuchen Köln die Städte in der Welt Köln Köln die Kontinente Straten ich kann sich nicht mehr ja kommt er muss immer schützen es ist Schau schnell! Ah, ist weg. Sorry Spoko. ...televierte, wir haben fast den Rekord getroppt quasi. Ganz klar. Jetzt wird der Kaffentfall ja alleine. Achso, ja. Geschafft! Wieder da mit der Anfangswoche. Ich hätte... Ich hätte gerne eh, maximale Munition. ich würde gerne in der Woche bis die Woche er sagt mit dem Job und überlassen sich ich die Dorn und da um er ist noch nie 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 5 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 6 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 7 7 8 8 9 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 Ich brauche die Waffe. Ich auch. Wo ist die Waffe? Oben. Die bringt mir nichts. Da habe ich keine Chance. Guck mal meine Munition. Ich bin down. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.